Hallo YouTube, ich bin Binio und heute gibt es ein weiteres Tipps und Tricks Video. Heute geht es um Musik, aber nicht wie sie erstellt wird, sondern wie sie am besten in Rollenspielrunden eingesetzt werden kann. Logischerweise werde ich hier nur wieder meine Meinung preisgeben, das heißt, das ist natürlich keine universelle Wahrheit. Solltet ihr andere Erfahrungen gemacht haben oder total konträr zu dem gehen, was ich hier sagen werde, dann wünsche ich mir auf jeden Fall von euch, dass ihr es in die Kommentare klatscht und wir ein bisschen diskutieren können. Vor meiner ersten Runde, in der ich richtig mein komplettes Soundsetting eingesetzt habe, habe ich mir recht viele andere Medien angeschaut. Wie machen Filme, wie machen Serien oder sogar wie machen Hörspiele das eigentlich? Wie setzen die Geräusche und vor allem, wie setzen die Musik ein? Dabei ist mir eine Sache aufgefallen, Musik läuft niemals dauerhaft durch, denn Musik soll natürlich dramatische Momente erschaffen. Seien es gruseliges, fröhliche, traurige oder eben einfach richtig kämpferische, actionreich geladene Momente. Die können aber nur erreicht werden, wenn es zwischendurch auch mal komplett still ist und nur die Atmosphäre zu hören ist. Abgesehen davon könnt ihr damit halt eben richtige Spannungsbögen erzeugen, wenn ihr euch da allein die Lautstärkekurve gerade vorstellt. Wenn also die Leute in einem Keller unterwegs sind und sich langsam dem Monster nähern, sollte natürlich nicht die ganze Zeit actiongeladene Musik im Hintergrund dröhnen, sondern es sollte langsam anfangen, sich aufbauen. Von der Frequenzkurve, von der Lautstärkekurve sollte es immer lauter werden, bis dann eben das Monster richtig erscheint. Ganz im Gegensatz zu den großen Produktionen, Filmproduktionen dieser Welt, solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht allzu bekannte Musik einsetzt. Denn wenn ihr bestimmte Stücke von Herr der Ringe benutzt, werden sich die Leute eher auf die Musik von Herr der Ringe und die damit verbundene Szene konzentrieren und nicht auf das, was ihr gerade sagt. Checkt auf jeden Fall vor jeder eurer Runden euer Soundset ab. Also setzt euch einfach vor den Rechner, macht die Boxen an und spielt mal ein Stück. Dazu solltet ihr einfach ein bisschen vor euch hinreden und schauen, ob ihr gerade richtig laut brüllen müsst, um halbwegs verständlich zu sein, oder ob es eine angenehme Lautstärke ist. Achtet vor allem auch darauf, dass wahrscheinlich zwischendurch mal zwischen den einzelnen SpielerInnen ein bisschen was geflüstert werden muss, sich abgesprochen werden muss. Das sollte auf jeden Fall mit einberechnet werden. Bei den Atmosphären, also bei den atmosphärischen Geräuschen wie Wind, Wasser und Regen ist das natürlich vielleicht ein bisschen was anderes. Das heißt, wenn ihr es richtig realistisch haben wollt und gerade ein Sandsturm auf die Gruppe zukommt, kann es natürlich mal ein bisschen lauter werden, sodass die Leute dazu gezwungen sind, sich ein wenig lauter zu unterhalten. Aber dabei auf jeden Fall darauf achten, dass eben nicht irgendwann die Cops vor der Tür stehen, weil die NachbarInnen von euch zu genervt sind. Dementsprechend sollte das natürlich auch alles auf einem angenehmen Level gehalten werden. Ordnet einfach mal eure komplette Musiksammlung. Alles, was ihr so an Sachen habt, die ihr in Rollenspielrunden einsetzen könnt, solltet ihr in ein verschiedenen Ordner-System einfach einordnen. Ich habe das auch gemacht. Bei mir gibt es einen actiongeladenen Ordner, einen dramatischen Ordner, einen fröhlichen Ordner, einen traurigen Ordner und etwas gruseliges. Ganz zum Schluss gibt es noch einen großartigen Ordner mit dem tollen Titel, was sonst so noch anfällt. Da packe ich alles rein, was sich sonst nicht so richtig einordnen lässt. Allerdings habe ich auch ein paar thematische Ordner, wenn es darum geht, eben Barszenen, Kneipenszenen zu unterlegen, wenn es um Kampfszenen gibt und so weiter und so fort. Aber überlegt euch mal ein gutes Ordnersystem, was der große Vorteil daran ist, dass ihr erstens vor jeder Runde nicht erstmal wieder eure komplette Sound-Sammlung durchgehen müsst, sondern ihr schon wisst, Mensch, es wird eine actiongeladene Szene geben. Gehe ich einfach mal in den Ordner mit der Musik für die Action, für die Kampfszenen und picke mir da ein bisschen was raus. Und abgesehen davon könnt ihr auch, wenn ihr merkt, huch, mein Plan ist überhaupt nicht ausgegangen, es kommt jetzt doch ein gruseliger Moment, weil ich den gerade auf jeden Fall drin haben will, könnt ihr einfach während des Spiels euch kurz umdrehen, an euren Rechner ran und schnell in den Ordner für gruseliges rüber switchen und da euch die Musik rausholen. Also das gibt euch auf jeden Fall auch ein bisschen Freiheit. Natürlich ist das Ganze ein ziemlich langer Prozess, die Musiksammlung durchzugehen, aber definitiv, es lohnt sich. Solltet ihr die Musikstücke haben, die sich häufiger wiederholen, müsst ihr auch darauf achten, dass sie nicht unglaublich nervtötend wären, wenn sie das vierte Mal eben durchlaufen. Das heißt, wenn ihr gerade einfach mal auf Twitter seid und eure Tweets durchlest oder was auch immer macht, könnt ihr das im Hintergrund laufen lassen und schauen, nervt es mich selber? Nein, dann könnt ihr es auf jeden Fall durchlaufen lassen. Gutes Beispiel dafür aus meinen Runden ist eben vom Film Hitchcock. Da gibt es einen Soundtrack, der ist von Danny Elfman und da gibt es ein Lied, das heißt Funeral March for a Marionette. Den setze ich eigentlich fast für jede einzelne Stadtszene ein, denn irgendwie passt der perfekt. Und der ist überhaupt nicht nervtötend, passt super, kann sich andauernd wiederholen und gibt eine richtig schöne Atmosphäre. Das waren einige Erkenntnisse von mir, natürlich noch nicht alle. Ich werde auf jeden Fall zu diesem Thema bald einen Livestream machen, wo ihr dann auch einfach Fragen stellen könnt. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch halbwegs gefallen und es hat euch ein bisschen weitergebracht. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Bis bald.